Ein gerader Schnitt ist nicht nur beim Friseur gefragt, ob im Büro, Haushalt oder bei Bastelarbeiten. Mit dieser Hightech-Schere schneiden Sie ohne Lineal und Vorzeichnen kerzengerade Linien. Der ergonomisch geformte Griff der 100 Gramm leichten Schere sorgt für besonders angenehmes Schneiden. Am oberen Rand der Schere befindet sich ein Laser. Schalten Sie ihn ein, markiert er die exakte Schnittlinie für Sie. Die untere Klinge aus rostfreiem Edelstahl besitzt viele kleine Zähnchen. Damit kommen Sie durch alle Materialien wie Papier, Textilien oder Kartonagen. Über die beiden seitlichen Stellschrauben justieren Sie den Laserstrahl, bis dieser exakt mit der Spitze der Schneide übereinander liegt. Nun halten Sie sich nur noch an den präzise eingestellten Laserstrahl und erzielen mühelos den perfekten Schnitt. Haar genau? Nein, laser genau. Dieser praktische Helfer zum super günstigen Preis gehört in jeden Haushalt.